So, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt noch zu einem letzten Boat-Workout, wahrscheinlich für unsere Corona-Zeit ohne Fitnessstudio. Ihr habt ja bestimmt gehört, bald geht's wieder los. Ich hoffe, wir können bald auch mal wieder drin trainieren. Aber solange die Sonne scheint, warum nicht draußen? Ab die Poste mit einem kleinen Boat-Workout. Wir wollen aber auch gleichzeitig unseren Rumpf stärken, machen ein bisschen was für unseren unteren Rücken. Und das sind so die zwei wichtigen Muskel drinnen, die wir auch im Alltag brauchen. Legen wir los, habt viel Spaß. Ab geht's mit Crunches. Wir legen uns auf dem Rücken ab. Ganz wichtig, euer Rücken fest auf der Matte verankert, sodass ihr nicht mehr unten durchpasst. Und dann gehen wir mal ganz locker in die Crunch-Bewegen rein. Auch unser Boat braucht ein kleines Warm-up. Ja. Nur die Schulterblätter heben leicht von der Matte an. Sehr gut. Genieß es mal noch. Hier. Schön in der Öffnung. Hände an der Schläfe, an den Ohren. Wunderbar. Und arbeite nur aus deinem Bauch heraus. Sehr schön. So, Stufe zwei. Heb die Beine an. Mach dich oben klein und dann wieder auf. Jawohl. Sehr gut. Auch hier heb die Schulterblätter von der Matte ab. Wunderbar. Bleib schön in der Crunch-Bewegen. Roll dich ab über die Gugelkette. Sehr gut. Bleib dran. Tipp ganz kurz. Leicht auf die Matte. Sehr schön. So, der Bauch wird langsam warm. Der Puls geht langsam nach oben. Das ist unser Ziel. Sehr schön. Wir machen noch drei. Noch zwei. Der letzte. Und halte. So. Neue Übung. Wir legen die Arme zur Seite ab. Kommen abwechselnd hoch und tief. Zu deinem Arm zur Unterstützung seitlich am Körper. Ja. Ihr werdet es trotzdem im Bauch schon spüren. Drück dich nach oben wechselnd. Versuch deinen Fuß zu berühren. Oder halte einfach viel. Ja. Sehr gut. Bleib dabei. Komm schön hoch. Jawohl. Sehr schön. Haben wir noch zwei Fußseite. Wie sieht's aus? Gut. Spür den Bauch rein. Und stopp. Leg dich kurz ab. Locker dich. So. Wir gehen in den Bicycle. Noch mal was für die Seite. Halte hier. Bleib dran. Erneut die 30 Sekunden Zeit. Lass es krachen. Trüste. Von der einen und zur anderen Seite. Geben jeweils dein Schulterblatt ab. Und so. Sehr schön. So. Das ist unsere erste Stufe. Unsere erste Kombination. Bleib dabei. Halte. Wunderbar. Sit. Schiff. Und stopp. So. Dann wechseln wir die Perspektive. Komm in den Unterarmstütz. Zuallererst halten wir entweder auf den Zehenspitzen oder auf den Knie. Ja. Wähle deine Option. Deine Variante. Zeit läuft. 30 Sekunden vor. Schieb zurück. Supi. Spür jetzt hier, dass der Rumpf stabil ist. Dass der Po tief ist. Dass der Bauch schon aktiviert wurde. Oh yes. Bleib da dran. Halte. Sehr gut. So. Wir haben noch ein kurzes Stück. Bleib hier in der Vorratsbewegung. Unsere erste Übung. Gleich geschafft. Noch mal noch drei. Noch zwei. Der letzte. Und kurz die Knie abschützen. So. Neue Bewegung. Komm in den Stütz. Arme aufgestellt. Zehenspitzen. Oder auch hier die Knie. Jetzt gehen wir. Raus. Rein. Raus. Rein. Wie so eine Spinne. Jawohl. Arme zur Seite raus. Halte. Möglichst gerade im Stütz. Super. Bleib dabei. So. Neue Herausforderung. Von hier raus gehen wir. Achtung. Vor. 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 Rein. Raus. Mach dich lang und klar. Jawohl. So. Hier muss der Rumpf richtig arbeiten. Ja. Wechsle nochmal wieder den Arm. Wer zuerst kommt. Immer schön, dass beide seitlichen Bauchmuskeln gleich beansprucht werden. Super. Zack. Bleib tief im Po. So. Das gleiche geht auch auf den Knien. Jawohl. Sehr gut. Schaffen wir noch eins. Starken. Halte. Halte. Bleib kurz hier. For. Dich raus. Wie lange können wir es noch? Drei. Zwei. Eins. Und locker dich kurz. Supi. Gehen wir nochmal rein. Mountain Slimers. Okay. Es wird zackiger. Der Puls geht hoch. Ab die Post. Nicht. Wir wollen die Verbrennung bis wir ankurbeln. Den Kuls bis wir ankurbeln. Bleib hier. Zieh die Knie zur Brust. Dein Tempo. Langsam. Oder etwas schneller. So. Wir haben noch 20 Sekunden Zeit. Nutz die Zeit. Mach deine Mountain Climbers. Bleib auch hier mit dem Po tief. Super. Super. Bleib dran. Die letzten 10. Wunderbar. Bleib schnell. So schnell du kannst. Noch fünf. Noch drei. Zwei. Eins. Stop. Sehr gut. Wechseln wir die Perspektive. Wir gehen wieder auf unser Gesäß. Dieses Mal haben wir die Arme aufgestützt. Ja. Atme kurz durch. Locker den Bauch. Komm hier auf den Hüftöcker. Streck ein Bein nach vorne. Wechseln. Anderes Bein. Wechseln. Super. So. Das geht jetzt in die tiefe Bauchmuskulatur. Wunderbar. Bleib da dran. Erstmal die Beine versetzt. Wir spüren schon, dass wir schon ein bisschen dabei sind. Gut. So. Halte durch. Bleib dran. Sehr schön. So. Nächste Übung. Wir schieben beide Beine. Mach eine gute Pause. Nach vorne. Und rein. Vor. Und rein. Super. Bleib da dran. 15 Stück. Halte durch. Ja. Aber. Spür mal, wie der Bauch sich zusammenzieht. Wie der Oberschenkel auch vielleicht mithilft. Yes. Gut. So. Schieb dich hoch. Arbeite wirklich aus dem Bauch. Wunderbar. Klasse. Sieht es aus. Bleib dran. Noch zwei starke. Noch einer. Und stop. Leg dich kurz ab. Super. So. Gehen wir das Ganze noch in den seitlichen Lift. Ja. Wir legen rechts, links, rechts und links. Ja. Bleib hier dabei. Haben auch dieses Stück. Streck die Beine nur, sobald es geht. Zieh sie wieder ran. Spür deine seitliche Bauchmuskulatur. Jawohl. Sehr gut. Gut. Wenn du eine Pause brauchst, mach einfach schnell eine. Und steig wieder ein. Das haben wir gar nicht gemerkt. Bleib dran. Ja. Gut. So. Sehr schön. Noch drei. Noch zwei. Noch einer. Und stop. Gut. Was fehlt? Unterer Rücken. Und dann sind wir durch für heute. Leg dich mal auf den Bauch ab. Mach es dir mal bequem. Sehr schön. Die erste Übung. Super. Man. Arme zur Seite. Als könnten wir fliegen. Füße aufgestellt. Zehenspitzen. Genau. Und hoch. Tief. Jupp. Sehr schön. Komm ein bisschen zur Ruhe. Aktiviere den unteren Rücken. Zieh hier raus. Spür ein leichtes Ziehen. Gar kein starkes Brennen. Kein Schmerz. Ja. Nur so hoch du kannst. So hoch du es angenehm ist. Super. Stärke hier in unserem Rücken. Ganz wichtig. Wunderbar. Die letzten Sekunden laufen. Sicher. Also noch. Tops. Für drei. Zwei. Einer. Und komm nach vorne. Übung Nummer zwei. Hände an die Schläfe. Wir wechseln seitlich hoch. Ja. Auch aus dem unteren Rücken. Oberer Rücken. Hüft. Schräglage. Nach oben. Ja. Hebe die Brust an. Sehr gut. Bleib hier. Weitere 30 Sekunden. Deine Zeit läuft. Bleib dabei. Gut. Gut. Atme tief. Schön. Super. So. Hälfte haben wir geschafft. Bleib stark. Zieh nach oben. Wunderbar. Mehr noch. Halte. Gut. So. Spür mal jetzt wie der untere Rücken schon richtig arbeitet. Ja. Bleib stark. Bleib dran. Noch zwei pro Seite. Letztes Mal. Und stopp. Sehr schön. So. Wir gehen nochmal in den Superman. Kommt zur Seite. Halte auf hier. Schieb. Puff. Und tief. Jupp. Sehr gut. So. Der Muskel wird müder. Du spürst, wie der untere Rücken arbeitet. Bleib dabei. Ja. Halte. Erste Dreherkombination. Sehr schön. Bleib hier. Wunderbar. Sehr schön. Halte noch kurz. Und halte. Hammer. Bleib dabei. Jawohl. Koffeinverlängerung der Wörpersäule. Sieht gut aus. So. Dann komm in den Seidstütz. Schau, dass deine Hüfte weit weg ist vom Boden. Dein Blick zeigt nach vorne. Deine Hände an der Hüfte. Und wir wippen ganz leicht. Auf und ab. Spüren den seitlichen Bauch. Bleiben schön stabil im Rumpf. Körper zeigt eine Linie. Jawohl. Spür deine Kraft. Mach das Ganze für 30 Sekunden. Das sieht gut aus. Wir bleiben hier auf dieser Seite erstmal. So lange bist du es dann auch richtig prudent. Ja. Sehr gut. Optional kannst du einfach hier oben halten. Keine Lippen einbauen. Schön gerade halten. Jawohl. Oder du willst noch mal leicht. Wunderbar. So. Hier oben Nummer zwei. Wir reichen unter deinem Körper durch. Und öffne dich. Ja. Wirklich schön unten durchgreifen. Und öffnen. Dabei bleibt die Hüfte wirklich oben. Ja. Senkt dich nicht ab. Sehr gut. Bleiben möglichst stabil. Möglich ruhig. Finde deine Balance. Und wenn du war. Bring den Puls unter Kontrolle. Sehr schön. Seid hier. Für die letzten drei Runden. Noch zwei. Und nächstes Mal. Sehr schön. Da wechseln wir die Seite. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Endspurt. Komm nach oben. Hand an die Hüfte. Lippe auf und ab. Sehr gut. Denk dran, du hast die Option. Du kannst deine Hüfte aufgestreckt lassen. Wunderbar. Das sieht gut aus. Halte durch. Deine 30 Sekunden laufen. Starker Bauch. Für den Sommer. Bleib dran. Ja. Sehr gut. So. Dann haben wir noch zehn Sekunden. Wie sieht's? Bleib schön oben. Komm. Wir schaffen das vollends. Bis zum Schluss. Noch fünf. Noch vier. Ja. So. Letzte Übung. Gleich wieder tief unten durch. Und streck dich. So weit es geht. Mach dich lang. Mach dich stolz. Für deine Leistung hier heute. Supi. Bleib dabei. Bleib stabil. Fokussier dich nochmal. Rumpf Muskulatur arbeitet. Seitliche Bauch ist dabei. Bleib stabil. Wunderbar. So. Die letzten Sekunden nehmen nochmal alle Kraft zusammen. Sehr schön. Dann haben wir noch drei. Ja. Dann haben wir noch zwei. Und dein letztes Mal. Das war's für heute. Mach's gut. Bis bald. Und hoffentlich bald wieder im Fitnessstudio. Haut rein. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.